Seit über 25 Jahren plant, installiert und wartet die Firma H&L GmbH zahlreiche Sanitär-, Lüftungs- und Heizungsanlagen. Immer individuell und entsprechend den Wünschen der Kunden. Das Know-how der Firma umfasst außerdem die Bereiche Badplanung und Renovierung, alternative Energien sowie den Kundendienst für Öl- und Gasanlagen. 1993 gründete Geschäftsführer Norbert Wolters die H&L GmbH und seitdem wächst das Unternehmen kontinuierlich. Heute steht den Kunden ein zuverlässiges Team aus 30 stets hochmotivierten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur Verfügung. Wir haben einen super Kundendienst, die Monteure sind top geschult, kennen sich super aus und können jedem Kunden wirklich gut helfen. Auch am Wochenende steht unser Notdienst für unsere Bestandskunden jederzeit zur Verfügung. Wir können also immer sehr schnell reagieren, sodass wir nie länger brauchen als eine Stunde, um den Kunden zu erreichen. Und so sind wir wirklich über die letzten 20 Jahre immer wieder gewachsen, gewachsen, gewachsen. Man sieht, wir haben uns gut gehalten und wir sind nie zurückgefallen. Wir sind immer einen Schritt weiter nach vorne gegangen und ich glaube, das spricht einfach nur für die Firma H&L. Die Firma H&L GmbH fokussiert sich darauf, die Kunden mit verbrauchssparsamen Systemen auszustatten. So auch bei diesem Projekt in Heinsberg. Also hier bei den Kunden haben wir jetzt eine bestehende alte Ölheizung demontiert. Und die neue Anlage ist eine sogenannte Hybridanlage, die besteht aus zwei Teilen. Einmal ist das hier ein Brennwertkessel Gas und zum anderen eine heizungsunterstützte Solaranlage, die wir jetzt gerade auf dem Dach montieren. Deshalb haben wir hier einen so großen Speicher stehen. Das ist ein Pufferspeicher und gleichzeitig auch ist der dafür zuständig, dass beim Wasser produziert wird. Aus dem Grund ist die Anlage sehr sparsam im Verbrauch. Bei den Gaspreisen, die wir im Moment haben, ist das schon eine gute Sache. Je nach Heizsystem können verschiedene Fördermöglichkeiten in Anspruch genommen werden. H&L ist hierbei gerne beratend tätig und übernimmt bei Bedarf die entsprechenden Förderanträge. Auch bei weiteren derzeitigen Projekten der Firma H&L GmbH liegt das Hauptaugenmerk auf einer energieeffizienten Arbeit. So beispielsweise auch in diesem Neubaugebiet im Kreis Heinsberg. Jedes der hier entstandenen 50 Einfamilienhäuser wird durch eine Stiebel-L-Transole-Wärmepumpe beheizt und hat eine kontrollierte Wohnraum-B- und Entlüftung. Auch bei diesen zwei Mehrfamilienhäusern steht eine lukrative und umweltschonende Vorgehensweise im Vordergrund, mit der ein geringer Energie- und Gasverbrauch erreicht wird. Ein weiteres Beispiel für aktuelle Arbeiten des Unternehmens ist die Einrichtung zweier Kindergärten in der Stadt Heinsberg. Ja, wir stehen jetzt hier auf einer neuen Baustelle von uns. Die Stadt Heinsberg baut hier einen neuen fünfgruppigen Kindergarten. Hier kommt ein Gas-Brennwertgerät zur Unterstützung rein und eine Sohle-Wärmepumpe des Fabrikates Weishaupt. Wir haben hier eine Tiefenbohrung machen lassen. 550 Meter sind hier in die Erde gebohrt worden mit Sonden. Das gesamte Gebäude bekommt eine Fußbodenheizung und somit ist auch hier der Verbrauch in Grenzen gehalten. Hier kommt auch noch eine Lüftungsanlage rein. Jede Gruppe hat eine eigene Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, damit auch hier ein gewisser feuchtes Schutz für das Objekt gemacht wird. Ist auch teilweise schön zu sehen, hier gibt es ja Gruppen U3 und Ü3. Und gerade für die kleinen U3, wie wir hier die Toiletten- und Waschtischanlagen vorrichten, ist eigentlich für den Laien mal schön zu sehen, was da alles so heutzutage alles eingebaut wird. Hier im bereits fertiggestellten Kindergarten erhält man unter anderem auch einen informativen Eindruck von den Sanitäranlagen der H&L GmbH. In Kooperation mit örtlichen Handwerkern bietet H&L auch weitere Dienstleistungen rund ums Bad an. Von Fliesen- und Malerarbeiten bis hin zu Elektro- oder Installationsangelegenheiten. Wir sind eigentlich hier der Ausstellungspart. Die Firma H&L ist der ausführende Teil in dem Betrieb. Der Norbert Wolters, mein Kompagnon, dem die Firma H&L gehört, baut unsere Bäder auf, die wir hier beraten und planen. Und so entstehen halt Bäder aus einer Hand, wo wir auch unsere Elektriker, Fliesenleger, Schreiner, Maler dem Kunden zur Verfügung stellen. Hier sieht man zum Beispiel unsere 3D-Badplanungsanlage. Hier wird das bildlich dargestellt, was wir mit dem Kunden hier in unserer Ausstellung erarbeitet haben. Das, was der Kunde bemustert hat an Fliese und Sanitärartikel, wird hier in der 3D-Badplanungsanlage wiedergegeben. Der Kunde kann, wenn er möchte, gerne drei Wochen in den Urlaub fahren. Wenn er zurückkommt, bekommt er ein fertiges Bad. So, hier nun der jüngste Spross der Familie. Unsere kleine Lola, gerade mal sechs Monate alt. Natürlich noch zu jung, um in den Betrieb hier mit einzuzeigen. Aber das ist die Zukunft der Firma H&L auf jeden Fall. Genaue und zuverlässige Arbeitsprozesse, eine energieeffiziente Umsetzung jeglicher Bauprojekte und eine zielgerichtete Beratung. Bei H&L steht die Kundenorientierung immer an erster Stelle. H&L – das Heizung- und Sanitärunternehmen aus Heinsberg.